Dieses Jahr habe ich mir als Ziel gesetzt, ein Dividendendepot aufzubauen und über die nächsten Jahre möchte ich dieses Dividendendepot auf 100.000 Euro kriegen. Wir haben im Januar gestartet und die ersten vier Aktien ins Dividendendepot gekauft. In diesem Video zeige ich dir, welche zwei Käufe wir jetzt live im Video für diesen Monat tätigen und warum. Viel Spaß im Video! Danke auch für dein tolles Feedback in den Kommentaren unter dem Video. Ich lese alle und beantworte alle super gerne. Danke auch für die Inspiration an Dividendentiteln, die du so kaufst. Also gerne auch in diesem Video, deine Meinung ist gefragt. Was machen wir hier? Wir bauen das Dividendendepot auf von 0 auf 100 Euro. Warum mache ich das öffentlich? Ich finde den Austausch in den Kommentaren einfach super. Wer hier Ideen hat für Dividendenaktien, kann... ...von lernen. Sorry für das Intro. Und jetzt schauen wir uns an, wo wir bisher stehen. Nämlich im Januar gab es die ersten vier Aktien, die ich gekauft habe. 4.000 Euro sind jetzt im Dividendendepot. Ziel sind 100.000 Euro. Mal schauen, wie schnell wir das Ganze erreichen. Und wir kaufen diesen Monat zusammen zwei neue Aktien. Und zwar jeweils zu 1.000 Euro. Welche Aktien das sein werden, erfährst du im Video und warum. Vorher aber erstmal der Ausblick oder der Stand, wo wir stehen. Also Dividendendepot bis dato 4.000 Euro groß. Wir sind 78 Euro im Plus. Was aber, wie gesagt, ein letztes Video beachten, völlig irrelevant ist. Und ich mich hier auch nicht drauf versteifen möchte, auf irgendwelche Prozentangaben pro Monat und so weiter. Sondern wir machen das Ganze ja langfristig. Aber trotzdem ist es natürlich immer schön zu sehen, was hier was im Plus ist, als was im Minus. Laut Parkett Dividendenkalender haben wir jetzt auch schon die ersten angekündigten Dividenden. Also wir haben ja nur vier Unternehmen im Depot. Aber wir erhalten im März die erste Dividende in Höhe von 14 Euro von Pfizer. Und von Diageo folgt im April schon die nächste. Falls du dich fragst, ja, wie gehe ich denn überhaupt vor bei meinem Dividendendepot? Im Video Anforderungen oder Strategie habe ich erläutert, dass ich gerne möchte, dass das Dividendendepot jeden Monat Geld auszahlen soll. Die einzelne Aktie muss das nicht machen, aber das Depot als Ganzes. Indem ich die Aktien so auswähle, dass wir am Ende in 12 von 12 Monaten Dividenden bekommen. Und Qualität der Aktien muss in Ordnung sein. Höhe von der Dividende in Relation zum Dividendenwachstum sollte passen. Und ich möchte das Ganze diversifizieren über die 11 Gigs Sektoren. Das heißt, dass die Branchen, die auch nicht voneinander abhängig sind, nachher alle in unserem Depot ihren sich wiederfinden. Und das Ganze auch nochmal hier im Video zusammengefasst verlinke ich unten in der Beschreibung. Oder einfach Dividendendepot Geldschnurrbart googeln. Ist es auch nochmal im Blogartikel erklärt, worauf ich hier achte. Welche zwei Aktien kommen jetzt dazu? Dazu schauen wir uns erstmal an, wo wir bisher stehen mit unseren vier Aktien. Und zwar die Anforderungen haben wir soweit erfüllt. Wir bekommen jetzt durch diese vier Aktien schon in 10 von 12 Monaten eine Dividende. Hier mal aufgelistet, wann die Ausschüttung erfolgt. British American Tobacco, der Februar noch eingeklammert. Da haben wir uns noch nicht qualifiziert für, aber ab nächstem Jahr dann. Das heißt, die erste Dividende kommt im März von Pfizer. Und auch hier wieder die Dividendenvorschau sind 192 Euro, die wir erwarten durch unser kleines Starterdepot. Anforderung 2, die Diversifizierung. Wir haben mit unseren vier Aktien bisher zwei der elf GIGS-Sektoren abgedeckt. Nämlich Basiskonsum, Nestle, British American Tobacco und Diageo und aus der Gesundheitssektor Pfizer. Und mit diesen zwei Neukäufen wollen wir unser Depot erweitern. Und mal schauen, wo wir dann in Bezug auf Sektoren und Dividenden stehen. Starten wir direkt rein mit der Dividendenaktie Nummer 1. Und zwar die Black Hills Corporation. Wenn man sich den 10-Jahres-Aktien-Chart anschaut, dann könnte hier der Kurs etwas günstig sein im Vergleich zur Vergangenheit. Aber womit haben wir es hier überhaupt zu tun? Black Hills Corporation ist ein amerikanisches Unternehmen in South Dakota. Und es ist ein Elektrizitäts- und Gasversorger. Das heißt für uns ein neuer Sektor, den wir abdecken würden, nämlich Versorgung. Und das Ganze wird mit 3000 Mitarbeitern bewerkstelligt. Die Dividendenrendite 5,06%. Es gibt viermal pro Jahr eine Dividende und eine Steigerung seit 54 Jahren. Was macht Black Hills Corporation jetzt genau? Oder was ich sehr spannend fand? Sie haben die komplette Wertschöpfungskette bei Energie abgedeckt. Sie sind zwar jetzt nicht riesengroß, aber sie machen die Erzeugung, den Transport und die Netze, um den Transport zu bewerkstelligen. All das ist im Besitz von Black Hills. Das heißt, wir haben das sowohl für den Strom, aber auch für Gas. Und die Erzeugung ist aufgeteilt wiederum in Natural Gas, Power Plants, Winderzeugung und ganz normale klassische Stromkraftwerke. Und dadurch, dass Sie die komplette Wertschöpfungskette abdecken und eben auch Erneuerbare schon im Portfolio haben, könnte ich mir vorstellen, dass der Bedarf hier die nächsten Jahre noch weiter gut aussieht. Die Aktionärsstruktur, wer steckt drin? Auch interessant, ein großer Anteil im Vergleich zu anderen sind hier große Vermögensverwalterfonds. Also BlackRock mit 13% oder die Vanguard Group mit 11%. Die Dividendenhistorie sieht auch sehr ansehnlich aus. Also wir sehen hier über die letzten 15 Jahre die Steigerung der Dividende und auch Prognose lässt hier weitere Steigerungen zu. Die Fair Value Bewertung im Aktienfinder ist ja so erklärt, wie unterbewertet oder überbewertet ist denn der Aktienkurs aktuell. Und zwar bezogen auf die historische Dividendenrendite der letzten 10 Jahre. Und das ist jetzt hier mal in blau dargestellt. Der faire Wert bezogen auf die Dividendenrendite. Und da sind wir hier natürlich deutlich unterhalb. Das heißt, es könnte ein ganz guter Kaufzeitpunkt hier sein. Und dadurch, dass wir beim Thema Energie keine Mode haben, sondern wir das immer brauchen und sie die ganze Wertschöpfungskette abdecken von Erzeugung über Verteilung und das Ganze auch mit erneuerbaren Energien schon machen, ist das für mich eine sehr interessante Aktie. Und daher wird das gleich Kauf Nummer 1 diesen Monat werden. Wir machen direkt weiter mit Dividendenaktien Nummer 2 und zwar ein deutsches Unternehmen, Bechtle, ein IT-Systemhaus. Das heißt, sie bieten als Dienstleistung an, dass sie zum Beispiel die komplette IT-Infrastruktur für Firmen, Kunden übernehmen. Und das machen sie unter anderem als Beratung, aber auch als Managed Service. Das heißt, sie übernehmen die komplette Wartung oder auch der Betrieb von den Server, Farmen und so weiter, die die Firmen nachher nutzen. Gleichzeitig haben sie noch E-Commerce und auch wenn man hier uns die Kursentwicklung der letzten zehn Jahre anschaut, dann haben wir hier auch einen Kursrücksetzer gehabt und jetzt wieder im Aufwärtstrend. Also auch da vielleicht ein ganz netter Einstiegszeitpunkt. Insgesamt ist Bechtle natürlich im Sektor Technologie. Auch hier hätten wir dann einen weiteren Sektor mit abgedeckt. 15.000 Mitarbeiter in Deutschland. Dividendenrendite 1,59 Prozent. Dividenden im Jahr zweimal. Und die Steigerung seit 14 Jahren und keine Senkung seit 29 Jahren. Was ich interessant finde, dass beim Thema IT der lokale Bezug wichtig ist. Also ich, wer mal im Konzern war und Callcenter aus Indien nachher, die den Support gemacht haben für die Programme, die man genutzt hat, dann war mal da schnell die Aggressionspotenzial oben. Man war genervt, weil es nicht funktioniert hat und dieses sensible Thema IT-Sicherheit und auch überhaupt das Aufsetzen von der IT-Infrastruktur kann ich mir vorstellen, dass viele Firmen das sehr gerne bei sich lokal beziehen und daher auch Investitionen in Deutschland hier auch in Zukunft noch Platz hat. Die Gewinne sehen nett aus, also die Gewinne sind deutlich nach oben gegangen. Die letzten Jahre auch die Prognose und an den blauen Balken ersichtlich die Dividende ging ebenfalls schön mit. Die Aufteilung nach den Segmenten von Bechtle auch interessant. Der blaue Anteil ist der E-Commerce Bereich. Sie haben hier sowohl Hardware als auch Software und Lizenzprodukte, die sie betreiben. Aber der große Löwenanteil ist wirklich diese IT-Systemhaus-Geschichte in grün. Also sie übernehmen einfach für die Firma die komplette IT und da kann ich mir vorstellen, dass gerade mit KI in den nächsten Jahren einfach noch viel mehr Bedarf ist, dass Firmen zumindest um die Ecke kommen und sagen, hey, wie können wir den KI auch für uns nutzen? Könnt ihr uns da irgendwie helfen? Oder ja, also alles sehr IT-lastig, was da in Zukunft auch an Bedarf ist. Schauen wir auch da den Fair Value an, bezogen auf die Dividendenrendite, wieder in blau dargestellt. Dann sind wir hier leicht unterbewertet, etwas unterhalb und aufgrund von dem Ausblick für die nächsten Jahre, was KI und IT-Bedarf generell angeht und wo der Kurs im Hinblick auf die letzten zehn Jahre steht, ein ganz netter Kauf, eventuell wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall, dass die zweite Dividendenaktie, die ich diesen Monat kaufen werde. Und wir führen den Kauf jetzt gleich live noch durch, bevor wir dann uns anschauen, wie sich jetzt unsere Auswirkungen vom Depot auf die Sektorenverteilung und wie unsere erwartete Dividende für das kommende Jahr sein wird. Das Dividendendepot baue ich ja bei Freedom24 auf und hier eben der nette Vorteil. Ich kann sehr, sehr viele, zum Beispiel auch spezielle ETFs kaufen, die es woanders nicht gibt, aber auch das Feature Geld, das einfach nicht investiert rumliegt, wird sehr, sehr gut verzinst und zwar täglich. Also hier im Sparkonto aktuell 5,3 Prozent auf US-Dollar. Ich habe immer US-Dollar und Euro, weil ich die Aktien ja auch oft in US-Dollar kaufe und Euro 3,86 Prozent. Das heißt, das Geld, das gerade noch nicht für den Kauf genutzt wird, wird hier täglich gut verzinst und wir führen jetzt den ersten Kauf durch, nämlich Black Hills Corporation. Und hier können wir auch einfach auf Maximal gehen, weil ich schon umgetauscht habe. 1.112 Dollar und jetzt hat die Börse auch offen. Das heißt, wir können direkt zum Marktwert hier reingehen, Kauf bestätigen und damit haben wir jetzt unseren Auftrag ausgeführt und die Kauforder ist ausgeführt. Kauf Nummer 2, europäische Börse und zwar Bechtle, haben wir hier schon in der Watchlist Bechtle AG. Auch hier kann ich wieder Maximum nehmen, nämlich 995 Euro, bekommen wir 20 Bechtle Aktien, Kaufauftrag erteilen, bestätigen und damit haben wir die nächste Aktie im Depot. So, jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze jetzt aussieht. Unser Dividendendepot ist angestiegen auf 6.000 Euro und die zwei Neukäufe Bechtle und Black Hills sind eben in diesem Monat neu hinzugekommen. Auswirkungen auf unsere Abdeckung für die Monate. Hier gab es keine Veränderung. Wir bekommen weiterhin in 10 von 12 Monaten eine Dividende, aber statt 192 Euro sagt uns der Parkett Dividendenkalender jetzt schon 259 Euro Dividende. Bei den Sektoren hat sich allerdings was getan und zwar 2 von 11 Sektoren abgedeckt. Das sehen wir jetzt bei 4 von 11 Sektoren, nämlich indem wir durch Bechtle auch noch Technologie abdecken und mit Black Hills einen Versorger. Und das war mein kleines Update hier für den Februar. Ich freue mich über dein Feedback. Was waren deine Zukäufe? Welche Dividendentitel hast du auf dem Schirm? Ich freue mich über alle Kommentare und damit sehen wir uns im nächsten Video. Nächster Monat neue Käufe. Bis dann.